Was sind die Prozesse mit vielen Unternehmen und Organisationen in ganz unterschiedlichen Umfeldern mit unterschiedlichen Fragestellungen? Ich bin Theologe und systemischer Berater und einer, der an Menschen interessiert ist. Wesentliches Gestalten, Passung zusammenbringen, Organisationen und Menschen entwickeln. Ich liebe es, Räume zu öffnen, in denen etwas entstehen kann, wo Menschen sich und ihr Thema neu entdecken und neue Lösungen finden. Was geht für mich, wenn man glaubt, dass Tools und Werkzeuge die Lösung zu den Problemen sind und man auf einzelne Themen draufsetzt und die als die einzige Wahrheit dogmatisch vertritt. Was ist die Verzahnung von PE und OE und der Moment, wirklich Lernkultur zu entwickeln? Also die Frage, wie kann Lernen in Organisationen stattfinden? Die Wieslaucher Kompetenzformel, ansonsten das Kulturbegegnungsmodell, die Verantwortungsmodelle, die Perspektivenereignismodelle und noch viele andere. Die Wieslaucher